Die zweite kosmische Geschwindigkeit ist eigentlich auch ganz einfach zu erklären. Und zwar, bei der ersten hatten wir doch gesagt, wir halten den Satelliten auf einer gleichförmigen Kreisbahn immer gleich groß. Was passiert da? Da passiert gar nichts. Da wird sich der Abstand zum Mittelpunkt der Kreisbahn nicht ändern. Der Radius bleibt stets gleich. Das heißt, da wird auch nichts weggehoben. Weggehoben, wenn ich etwas von der Erdoberfläche weghebe, gradlinig meinetwegen, und ich nehme mal eine Rakete, dann muss die so einen Schub liefern und so eine Kraft liefern, dass hier Arbeit verrichtet wird. Also ich könnte direkt Hubarbeit dazu sagen, Babywork, Hub, nicht wie Hupen, so ist M mal G mal H. Machen wir mal besser. Und ich zeige mal gleich, wie wir darauf kommen. Die Fluchtarbeit fliehen von dem Himmelskörper, und zwar hier in diesem Fall mal von der Erde, ist so. Aber wie komme ich da drauf? Ganz einfach. Man kann doch Folgendes sagen. Die Anziehungskraft, die Gewichtskraft ist Gravitationskonstante mal M1, also Erdmasse zum Beispiel, und M2, Satellitenmasse, geteilt durch den Abstand zum Mittelpunkt, in diesem Fall der Erde, also R², Radius. Wenn ich jetzt sage, ganz allgemein ist aber die mechanische Arbeit W, F mal S, also Kraft mal Weg, beziehungsweise Hub, nicht M mal G mal H, sondern ich mache es mal anders, bezogen auf diesen Fluchtradius bezogen, dann sage ich, dieses R ist der Weg, und Fg ist die eigentliche Anziehungskraft. Wenn ich das beides mal zusammenfüge, dann kann ich sagen, die Hubarbeit, also Heben, Wegheben, oder die Fluchtenergie, die nötig ist, ist wieder Gravitationskonstante mal M1 mal M2 durch R² mal R, hebt sich teilweise auf, hier unten bleibt ein R, und hier oben wird ein 1 draus. Deswegen sind wir wieder hier. Daher kommt die Formel. Und jetzt wissen wir alle, es geht in diesem Fall um Energievergleich. Wir brauchen Energie zum Abhauen, und wir haben Energie in Form der Geschwindigkeit der Rakete, also Energie kinetisch, E-Kin, beziehungsweise die nötige Arbeit, W-Kin, ist in diesem Fall das Gleiche, ist 1,5 M mal V², und dann, in diesem Fall kann man doch sagen, Energievergleich, dann muss die eine gleich der anderen sein, sonst geht es nicht auf. Das kennt ihr, guckt mal auf die Links, da ist der nächste Link dann, Energievergleich, Hubarbeit und Geschwindigkeit, also kinetische und potenzielle Energie. Wenn ich das beides gleichsetze, und ich möchte nach der zweiten Geschwindigkeit, nämlich die Fluchtgeschwindigkeit, die möchte ich haben, ich sage dann später V2 dazu, ja, dann ist das pure Umstellerei. V alleine stellen, heißt, durch 2 stört mal 2. M-Satellit stört, also durch M-S, ich habe mal M-S dazu gesagt, damit ich mich mal satt hinschreiben muss. Hier haben wir die Masse der Erde und so weiter, alles das Gleiche passiert, umgestellt, und jetzt guckt euch mal diese Formel an hier, diese, und diese, frappierend. Ich habe lediglich das Doppelte unter der Wurzel stehen, aber ich muss eben die Wurzel ziehen. Andersrum gesagt, ist aber die Fluchtgeschwindigkeit, das Wurzel zweifache der ersten kosmischen Geschwindigkeit. Dürfte gar nicht so schwer sein. Und das Einsetzen ausrechnen, das ist dann wieder Pille, Palle, das machen wir jetzt hier nicht extra, das lohnt sich nicht. Das könnt ihr aus dem Video von der ersten kosmischen Geschwindigkeit auch nochmal abgucken. Plus, dass ich hier noch eine zweite vorschreibe, ne, das wird nicht schlimm. Also nochmal, ich habe plötzlich eine Masse, die ich wegheben muss, naja, und dementsprechend muss ich ja auch Energien vergleichen, so kann man es auch sagen, und dann Umstellerei, und dann ergibt sich die V2, also die zweite kosmische Geschwindigkeit, so. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich werde jetzt wahrscheinlich zum Schluss noch Links anbringen, oder habe hier noch zusätzlich Links angebracht. Ihr könnt da raufklicken und dann mal gucken, was da noch für Links sind, was das mit der Radialgeschwindigkeit und dem ganzen Kram noch auf sich hat. Muss ich mal sehen, was ich da einfüge. Gut, ich wünsche euch was. Bis später. Tschüss.